Der biologische Abbau hat Schlüsselfaktor für das Gleichgewicht der Natur. Alle lebenden Organismen in der Natur bestehen aus organischen Substanzen und enthalten das lebensnotwendige Element Kohlenstoff. Pflanzen ernähren sich zum Beispiel durch Photosynthese von dem Kohlenstoff in der Atmosphäre. Nach ihrem Absterben gelangt der in ihnen gespeicherte Kohlenstoff durch eine Reihe von Umwandlungen, dem sogenannten biologischen Abbau, in die natürliche Umgebung zurück. Ihre Hauptbestandteile werden zunächst unter Einwirkung physikalischer Umweltfaktoren wie Wind oder Sonne und biologischer Faktoren, insbesondere durch Milliarden lebende Organismen, Regenwürmern und Pilzen, in immer kleinere Teile zerlegt. Ist das organische Material ausreichend abgebaut, wird es nach und nach von Mikroorganismen wie Bakterien verwertet. Am Ende des biologischen Abbaus, der sogenannten Bioassimilation, bleiben Kohlendioxid, das in die Atmosphäre abgegeben wird, Wasser und kohlenstoffreiches organisches Material, das heißt Biomasse oder Humus, zurück. Dieser Humus düngt den Boden auf natürliche Weise und fördert das Wachstum neuer Pflanzen. Der biologische Abbau hängt von den Eigenschaften des organischen Materials ab. Dieses Material muss zunächst biologisch abbaubar, das heißt durch die Mikroorganismen verwertbar sein. Die Dauer des biologischen Abbaus variiert je nach Zusammensetzung und Größe des Materials. Je stärker es zersetzt ist, desto mehr Oberfläche bietet es den Mikroorganismen, wodurch sich der biologische Abbau beschleunigt. Die Dauer hängt zudem von mehreren Faktoren ab, von Menge und Vielfalt, der für den biologischen Abbau unverzichtbaren Mikroorganismen, aber auch von Feuchtigkeit, Temperatur und vorhandenem Sauerstoff. Diese physikalischen Faktoren beeinflussen die Lebensfähigkeit der Mikroorganismen und die Geschwindigkeit, mit der sie organische Substanz abbauen. Diese Faktoren unterscheiden sich je nach Umgebung. Industrielle Kompostierung und Heimkompostierung bieten optimierte Umgebungen für den biologischen Abbau. Gute Sauerstoffversorgung, kontrollierte Feuchtigkeit und höhere Temperatur fördern die Aktivität von Mikroorganismen und verringern so die Dauer des biologischen Abbaus. Der Boden ist naturgemäß die für den biologischen Abbau günstigste natürliche Umgebung. Die Dauer hängt von der Konzentration von Mikroorganismen, vom Bodentyp, vom Klima und von den Jahreszeiten ab. Süß- und Meerwasser hingegen, die nur sehr geringe Konzentrationen von Mikroorganismen aufweisen, bieten ungünstigere Bedingungen für den biologischen Abbau, der daher länger dauert. Was die Photosynthese erzeugt, wird durch den biologischen Abbau zersetzt, der mit seiner regenerativen Kraft die Fruchtbarkeit und Qualität von Böden unterstützt. Fördern wir ihn! Wir sehen uns beim nächsten Mal.